Eingang zum Schelter. Unser letzter Tag. Die Schläuse. Außerdem bringt die Margarita die Weipen um. Der geht als erster. Den ersten Sprung ab. Alles ruhig. Alles ruhig. Hallo. Hallo Vialis. Hallo Vialis. Guck mal, da ist ja mein kleiner Freund. Ach, zick er nicht rum. Nee, das ist ein Lina. Nee, das ist er nicht. Hallo. Außer noch. Hey. Hallo. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Super. Ich filme gerade, weißt du. Ah, 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 ah. Ab, 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 ab. Aber, Leute. Hier, hier, hier. Guck mal hierher. Guck mal hierher. Auf, so. Auf. Mal mal. Ja, Spatz. Hallo Snow. Oh, guck mal, es traut sich schon ein bisschen. Hey. Hör mal auf jetzt. Schluss. Der Rotti wieder. Guck mal hier. Hallo, du traust dich ja heute. Ja, das ist ja toll. Hallo. Das ist ja toll. Hallo, Braddock. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Tja. Auf, komm. Auf, komm. Auf, komm. Auf, geht's, komm. Sag einmal. Hey. Tja, tja. Hör mal jetzt auf, Freund. Ab, ab, ab. Nein, 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 nein. Auf, weiter geht's. Los. Mein Lieber, Alter. Der war sehr geil, ne? Krawall gebürstet gerade. Den hat er sich jetzt ausgesucht. So, schön entspannt hier in Poindersville. Hallo. Schön entspannt in Poindersville. Tonight, we go Atlas. Tonight we go Atlas. Are you recording me? With the Jägermeister. Yes, I'm recording you. Hello. Hello. Good morning. Kallimera. Kallimera. Hello. Hi. How are you? Oh, fine. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, du angstlicious, he? Du angstlicious. Oh, ganz viele hier in dem kleinen Smallville. Ganz viele. Geh du mal weg. Du bist auch immer am Stänkeln. Swiffer. Swiffer. Kleine Swiffer. Nicht bellen. Angsthase. 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 Ach. Und da ist wieder die Sabrina. Das ist auch so eine Liebe. Hallo, Spatz. Hallo, süße Maus. Guten Morgen. Oh, wer schläckelt mir da jetzt? Oh, Bibi. Du bist es. Hallo. Mal Bibi. Bibi. Hi. Bibi. Hallo. Bibi. Na, bist ja heute schmusig, he? Hast heute keine Angst. Hier. Oh, was ist denn das für ein... Oh, der hat mich voll gesabbert. Ist der der Sabber? Guck mal hier, mein Spatz. Hallo. Hallo. Oh, mein Spatz. Oh, süß Bibi. Hallo. Mamoschi. So. Ah, hier haben wir die Esel. Nochmal. Sind schon alle gefüttert. Da. Schaffen wir es nachher nochmal zum Eseln zu gehen. Jetzt müssen wir erstmal das Gehege fertig bauen. Hallo. Oh, Bibi, hast du geküsst? Hast du die Esel geküsst, hä? Erik auf dem Weg zur Arbeit. In unseren neuen Shelter. Bibi. Süßer. Geht gleich mit. Wir haben immer unsere üblichen Verdächtigen dabei, wenn wir bauen. Der Sabersetter. Uhuhuhu. Hallo. Du bist ja ganz nass, hä? Du bist ja ganz nass. Erik, hast du wieder deine Snow bei dir? Ja? Das sind die zwei, die sich nicht so doll vertragen mit anderen. Deswegen sind die da drin. Guck? So. Und das ist unser neuer Shelter. Unsere Tür. unsere provisorisch gebaute Tür. Hehehe. So. Haben wir nochmal ein schönes Gehege gemacht. Gell, Erik? Ja. Haben wir schön gemacht. Ja. Es geht. Es geht, sagt er. Hält. Es hält. Snow ist wieder dabei als kleiner Helfer. Snow will auch abgeholt werden. Und du hast sie eben abgekriegt, hä? Und du hast sie eben abgekriegt, hä? Und du hast sie eben abgekriegt, hä? Spatz, hä? Geile Augen hatte. Hammer. Zeig mal deine Augen. Uhuhu. Guck mal, schönes blaues Auge. Uhuhu. So, gehen wir grad nochmal hoch. Woher. Herr. Herr.